Ja, wir sind schon sehr enttäuscht, dass wir keinen Punkt mitgenommen haben. Ich denke, wir haben leidenschaftlich verteidigt im Kollektiv, alles reingehauen. Umso bitterer, dass man dann in der letzten Minute noch das Gegentor bekommt. Ja, es ist natürlich schon überragend, wenn man so die letzten Jahre Revue passieren lässt, wo man jetzt gelandet ist. Ja, ich habe einfach versucht, das Ganze zu genießen, so sehr wie es geht, ohne den Fokus zu verlieren, um mein Spiel durchzubringen. Ich glaube, mir ist es mir ganz gut gelungen, das alles aufzusaugen, aber trotzdem noch eine gewisse Leistung zu bringen. Leo hat, glaube ich, heute ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Das erste Spiel für uns hat sehr, sehr hohe Ruhe ausgestrahlt. Das hat uns auch gut getan. Wollte immer den Ball haben, hat viel für den Spielaufbau getan. Hat, glaube ich, auch den einen oder anderen Ball geblockt, der sonst, wer reingegangen wäre. Ja, überragender Spieler. Ich glaube, deswegen hat man ihn auch geholt, weil er diese Qualität hat. Ja, sehr, sehr gutes Spiel heute gemacht. Vielen Dank.